Ein TikToker übersetzt ein Hadith. Übersetzt ein Hadith des Propheten Al-Israel. Das ist der Hadith 2167 in Tirmidhi. Übersetzt er. Wir haben eben gesehen, Jamaah wurde bei dem einen Bruder, der bei mir einen Kommentar geschrieben hat, als Mehrheit übersetzt hat, mit Mehrheit nichts zu tun. Jamaah, kommen wir gleich noch zu, was das heißt. Er übersetzt diesen Hadith hier folgendermaßen. Ja? Yedullahi ma'al-Jamaah. Yedullahi ma'al-Jamaah. Die Hand Allahs ist mit der Jamaah. Ja? Da setzt er mit der Mehrheit meiner Gemeinschaft. Wo steht die Mehrheit? Hier steht nicht ma'akthar al-Jamaah. Ma'akthar al-Jamaah. Wir haben eben ein Hadith gehört in der Freitagspredigt. Der Hadith Nummer 23 bei den Hadith von Abba'i Nawawi. wa subhanallah wa'al-Jamaah. wa'alhamdulillahi temla'ani au temla'u ma'beynas samai wa'al-Jamaah. Warum sagt er hier? Füllen oder füllen, was zwischen Himmel und Erde ist. Warum sagt der Rawi das hier? Weil er nicht mehr genau wusste, hat der Prophet temla'ani gesagt oder temla'u. Hier setzt jemand ein Wort in den Hadith rein, um die Bedeutung zu verdrehen. Ma'akthar al-Jamaah. Ma'akthar al-Jamaah. Ma'akthariyat al-Jamaah. Er übersetzt es extra rein auf seinen TikTok-Kanal, um Hunderttausende zu erreichen und lügt eindeutig über den Propheten a.s. Hier steht nicht Akthar al-Jamaah. Ma'akthariyat al-Jamaah steht hier. Yedullahi ma'akthariyat al-Jamaah. Was sagt Al-Mubarak Furi dazu, der Schar'at-Tirmidhi hat? Er sagt dazu, Yedullahi a'al-Jamaah e'hifzuhu, sein Schutz. Also er sagt, hier ist mit Hand wirklich Schutz gemeint. Wahu'ala. Kann aber wörtlich, kann aber von der Bedeutung her hier genau das bedeuten, der Schutz. Und was ist mit Jamaah gemeint? Die Gruppe von den Leuten des Islam. Ich denke nichts von Mehrheit.